In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Zahl am Rechenstreifen zerlegen kannst. Das ist ein Rechenstreifen. Wie heißen die Zahlenfreunde zur Zahl 7? Welche beiden Zahlen sind zusammen 7? Dazu zeige ich dir, wie du an diesem Rechenstreifen die Zahl 7 mit zwei Stiften zerlegen und alle passenden Plusaufgaben dazu finden kannst. Mit dem ersten Stift zeigst du am Rechenstreifen, welche Zahl du zerlegen möchtest. Hier ist es die Zahl 7. Du zeigst mit dem Stift die Zahl 7. Bis hier sind es 5 Felder und bis hier sind es 7 Felder. Du lässt diesen Stift bei der Zahl 7 liegen. Mit dem zweiten Stift zeigst du dann, wie die Zahl 7 in zwei Teile zerlegt wird. Damit du wirklich alle Zerlegungen findest, beginnst du am besten immer mit der 1. Du zeigst mit dem Stift die Zahl 1 auf dem Rechenstreifen. Du zerlegst die Zahl 7 in 1 und 6. Du schreibst die Plusaufgabe 1 plus 6 gleich 7. Jetzt zeigst du die nächste Zerlegung der Zahl 7 am Rechenstreifen. Der linke Stift wandert ein Feld weiter zur Zahl 2. Du zerlegst die Zahl 7 in 2 und 5. Du schreibst die Plusaufgabe 2 plus 5 gleich 7. So machst du weiter, bis du die Zerlegungen der Zahl 7 gefunden hast. Die Plusaufgaben schreibst du geordnet auf. Du hast die Zahlenfreunde zur Zahl 7 gefunden. Ich zeige dir gleich eine Zerlegung am Rechenstreifen. Versuche möglichst schnell herauszufinden, welche Aufgabe gezeigt wird. Welche Zerlegung wird hier gezeigt? Du weißt, der rechte Stift zeigt die Zahl, die du zerlegen sollst. Hier ist es die Zahl 6. Der linke Stift zeigt, wie die Zahl 6 in 2 Teile zerlegt wird. Nämlich in 3 und 3. Du schreibst die Plusaufgabe 3 plus 3 gleich 6. Jetzt bist du an der Reihe. Welche Zerlegung wird hier gezeigt? Die Zahl 6 wird zerlegt in 2 und 4. 2 plus 4 gleich 6. Welche Plusaufgaben fehlen noch? Das sind die Zahlenfreunde zur Zahl 6. Viel Erfolg beim Weiterüben. Ich�뇨 commitments 6. Wie funktioniert der Zahl? Schön. Wie funktioniert der Zahl 6? Die Zahl 6.